Der schwarze Mann auf dem Dach hat mich verliebt gemacht, denn es gibt mir kein anderes so gut. Hallo! Uh! Hallo! Hallo! Miedige Frau, herzlich willkommen! Ich habe Sie gleich erkannt. Sie sehen ja Ihre Tochter wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Hallo, Efilin! Na du Gauner, wie geht's dir? Danke gut, Mami! Ich will hier raus. Das sind doch diese tollen Tanten! Natürlich, Sie kennen sie doch. Rudi Carell und Ilja Richter. Hoppla, das wäre beinahe ins Auge gegangen. Aber keine Sorge, die tollen Tanten schlagen zu. Die Gegend sieht ja ganz hübsch aus. Und junge Mädchen sind auch genug vorhanden. Au! Na, zur Weltmeisterschaft fehlt wohl noch einiges. Aber Eva, bitte meine Damen, lachen Sie doch nicht. So was kann ja mal vorkommen. Entweder man hat... Was? Das wagen Sie mir zu sagen? So eine Impertinenz! Mit Musik geht alles besser. Die Mädchen sind da. Es singt Wolfgang. Hey Leute, kauft beim Trödler Abraham. Seht euch mal um beim alten Abraham. Zog einst bis an der Erde Ende, ob ich Sonderbares fände, gaben Lichter, Götter oder Tannen. Eine neue Überraschung. Masha Gonska und ein Typ mit Bart. Oh, das ist ja Hansi Kraus. So eine Lümmelei. Und was ist mit dem Koch? Spielt der mit? Alle Menschen sind bestechlich. Wir sind ja einer richtigen Verschwörung auf der Spur. Dass Rudi da mitmacht, das kann ich mir nicht vorstellen. Tante Rudi auf Abwägen. Tante Rudi im Mädchenpensionat. Na, hier stimmt doch was nicht. Oh weh, oh weh. Theo Lingen in der Klemme. Sie sind ja wirklich eine Frau. Verlangen Sie vielleicht von mir einen Streettease? Ja. Sie löscht Link. Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt. Ja, Alarmstufe Nummer eins. Jetzt müssen die tollen Tanten zeigen, dass sie echte Männer sind. In ihren Waffen sind sie nicht wählerisch. Moment, sind sie Zwillinge? Ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Die tollen Tanten schlagen zu. Na, na, na. Alle, na. Und nach der Schlacht werden die Opfer gut bedient. Daniel Gérard. Peter Orloff. Ich denke an mich nur alleine. Und ihr Herz wird verlenken und da für mich sein. Ein Mädchen für immer und für alle Zeiten. Und nicht nur für heute, das wünsche ich mir. Ein Mädchen für immer.